Team Beatle gewinnt Varus. Wall-Eisen, Inshallah, Video-Eisen. Äh, Karton nehme ich trotzdem. Was? Sasuke, haha. Junge, das ist so ein 31er. So ein 31er. Das ist so ein 31er. Nein, verschwindet. Verschwindet. Einen floschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Nachdem unsere Get Down, Jump Down, keine Ahnung was wir gespielt haben, Karriere, ja, nicht so... Kann ich schummeln? Äh, nicht so gut gelaufen. Ich hätte eigentlich in die Mitte rennen sollen. Spielen wir nun heute Revo. Und ich glaube, wir haben schon einen Liebhaber gefunden. Aber ich glaube... Achso, nee. Das ist einer aus unserem Team. Klasse. Wir sind Team Beatle. Team Beatle gewinnt Varus. Walla, Inshallah, Video-Eisen. So, hier haben wir schon mal einen Apfel. Sehr schön. Ich bin ein bisschen hängen geblieben hier gerade. Ja, ich weiß. Ein bisschen Casino. Dies, das macht mein Kollege wahrscheinlich. Oder Kollegin. So, das fängt schon mal gut an, wenn ich sehe, dass wir hier Stegi und einen Farbuskin sehen. Aber Team Beatle, Maschallah, Inshallah, rasieren. Danke, Mann. Wo ist eigentlich mein Teamkamerad denn? Gut, dass wir hier auch Schafe haben. Dann müssen wir nicht zu McDonalds rennen. Weil das kostet nur unnötig. Und Äpfel haben wir auch gleich. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes bedeuten soll. Äh, Kartoffel nehme ich trotzdem. Was? Sasuke. Warum hast du mich damals nicht besiegt? Sag schon, Sasuke. Freaky, was ist das denn für ein Untertitel? Ich bin richtig krasse Maschine. Ich bin Monster. Ich bin doch keine Maschine. Na, ich habe hier mir ein bisschen was Schöneres vorgestellt. Ach, du kleiner 31er. Musst du erst mal an Freundlichkeit erst mal ein bisschen die Basics machen, ne? Oh, cool. Wir sind im Finale. Und ich habe noch nichts gemacht. Kämpfe eigentlich. Mein Teamkamerad? Ja, doch. Da drüben ist Lava. Sehr schön. Oh, ja. Klasse habe ich hier befeuert den Ofen nicht. Aber ich habe eh zum Glück hier, ja, äh, Feuerstein. Und damit kann ich die Leute eh gleich in Brand setzen. Wie zum Beispiel meine Teamkameradin. Hey, was ist denn das? Team Beat? Die haben unseren Namen fast geklaut. Die Folgen einer Verwechslung wären nämlich enorm. Berliner Eltern könnten ihre Kinder morgens aus Versehen in den Kindergarten nach Kirchheim. Dein Partner ist gestorben. Äh, ich glaube, das ist eher nicht so gut. Dann können wir auch gleich den Typen Respektschelle geben. Na? 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 Ja! Oh, Mann, chill doch mal dein... Nein! Na, hör mal! Na, hör mal! Bitte, halt, einfach, deine... Ich habe beschlossen, wir packen unsere Sachen. Und dann gehen wir mal... Ja, gib mir eine Enderpelle. Ehre, Ehre. Dankeschön. Kriege ich hier eigentlich Schaden? Bitte, stirb einfach. Nein! Tschüss, verpiss dich, verpiss dich einfach. Junge, das ist so ein 31er. So ein 31er. Das ist so ein 31er. Nein! Verschwindet! Verschwindet! Mal prсят... Tschüss. 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 ииi. Bis zum nächsten Mal.